Das Lenovo Yoga Tab 3 Pro kommt etwas weniger wuchtig daher als der Vorgänger und bietet 10 Zoll. Außerdem erhalten geblieben ist natürlich die berühmte Beamer-Funktion. Was sich sonst noch geändert hat und ob neu immer besser bedeutet, das zeigen wir im Computerbildtest. Wie schon der Vorgänger ist auch das Yoga Tab 3 Pro mit seinem Metallgehäuse hochwertig und stabil verarbeitet. Die Stabilität hat aber ihren Preis. Mit 665 Gramm ist das Gerät ein echtes Schwergewicht. Dank des ausklappbaren Standfußes ist das Tablet immer leicht in die richtige Position zu bringen. Es lässt sich einfach hinstellen oder wie eine Tastatur leicht anwinkeln. Da der Standfuß eine Öffnung hat, kann es sogar an die Wand gehängt werden. Obwohl das Displayformat im Vergleich zum Vorgänger von 13,3 Zoll auf 10,1 Zoll geschrumpft ist, hat sich die Auflösung sogar erhöht. Auf 2560 x 1600 Pixel. Dadurch werden Filme und Bilder schärfer angezeigt. Auch die Helligkeit ist gut. Die Farben werden satt und brillant dargestellt. Wem die 10 Zoll des Bildschirms nicht ausreichen, der kann auf den eingebauten Pico-Beamer zurückgreifen, der Fotos und Filme mit bis zu 70 Zoll Bildschirmdiagonale auf die Leinwand bringt. Allerdings nur in dunklen Räumen, denn die Helligkeit ist verhältnismäßig gering. Außerdem lässt die Bildqualität zu wünschen übrig. Die Anzeige ist unscharf und die Farben sind blass. Der Beamer befindet sich in einem separaten Scharnier. Seine Linse ist um 180 Grad drehbar. Dadurch gibt es kein Problem bei der perfekten Positionierung des Bildes. Was die Leistung angeht, braucht sich das Yoga Tab 3 Pro nicht zu verstecken. Mit dem Cherry Trail Prozessor Atom Z5800 von Intel besitzt es vier Kerne, die mit ihren maximal 2,2 GHz in Kombination mit 2 GB Arbeitsspeicher ordentlich arbeiten. Aufgrund seiner Ausstattung und der intuitiven Bedienbarkeit des Betriebssystems Android 5.1 läuft der Lenovo flüssig und mit hohem Tempo. Der interne freie Speicher von 25 GB lässt sich problemlos durch eine MicroSD-Karte erweitern. Die Kamera an der Rückseite hat eine Auflösung von 13 Megapixel, mit der sich ganz brauchbare Bilder und Videos machen ließen. Die Frontkamera befindet sich am oberen Displayrand und hat 4,9 Megapixel, was für Videotelefonate und Schnappschüsse allemal ausreicht. Ein Manko im Vergleich zum Vorgänger gibt es. Der eingebaute Subwoofer ist leider weggefallen. Allerdings gibt es dafür jetzt vier Lautsprecher von JBL an der Vorderseite, was für einen ordentlichen Klang sorgt. Auch was die Surfgeschwindigkeit angeht, lässt sich das Yoga-Tab 3 nicht lumpen. Es greift auf den schnellen WLAN-AC-Standard zurück. Wer lieber mobil surfen möchte, bekommt gegen einen Aufpreis von 100 Euro eine LTE-Version des Tablets. Zudem ist das Lenovo mit GPS und Bluetooth ausgestattet, kann also problemlos als Navigationsgerät genutzt und durch drahtlose Lautsprecher ergänzt werden. Leider bedient das Gerät nicht den NFC-Standard, der eine schnelle Kopplung von Bluetooth-Geräten ermöglicht. Das Lenovo Yoga-Tab 3 Pro besticht vor allem durch gute Verarbeitung, ein tolles Display und wirklich ausreichende Ausstattung. Von der Konkurrenz hebt es sich ab, weil es einen Beamer hat und einen eingebauten Standfuß. Das einzige Problem, es ist etwas schwer und NFC fehlt, ansonsten gibt es da nicht viel zu meckern.